Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Antonia und heute bemale ich wieder eine Jacke. Das Ganze wird aber mehr ein Speeddrawing als ein Tutorial, weil ich habe euch ja schon mal Schritt für Schritt erklärt, was genau ich mache. Ihr werdet es hier jetzt zwar sehen, aber ich erkläre es nicht so genau. Wie ihr erkennen könnt, hat der Abpausprozess extrem gut funktioniert. Also dachte ich, okay, vielleicht brauche ich gar keine weiße Grundierung und kann direkt starten zu malen. Und das war dumm, okay? Ihr seht, dass ich jetzt hier schon ein paar Sachen so weiß ausgemalt habe, die eigentlich weiß sein sollten. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da vorgegangen bin. Irgendwie war das alles ein bisschen, ich weiß nicht, es war nicht so schlau von mir. Auf jeden Fall macht es, wie ich es in der Vogue-Jacke gemacht habe, eine weiße Grundierung und dann macht ihr auf der weißen Grundierung dann halt quasi die Gesichtsdetails. Tja, die Konsequenz daraus war, dass es nicht deckend war. Ich teilweise dreimal drüber gehen musste und es extrem viel Zeit gekostet hat, weil eine weiße Grundierung und eine Farbschicht wäre genug gewesen. Aber ich habe so einfach meine Farbe verschwendet. Und hier seht ihr auch nochmal, was für einen Unterschied so eine weiße Grundierung macht. Gut, also nochmal, nehmt euch dieses Video nicht als Vorbild. Guckt euch das Vogue-Jacken-Video an, wenn ihr wirklich eine Erklärung haben wollt. Ich bin da so ohne Plan vorgegangen und ärgere mich im Nachhinein auch echt über mich selber, weil ich halt meine Zeit verschwendet habe. Was ich aber gemacht habe, ist Schatten hinzuzufügen, weil ich finde, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Dimensionen und sieht irgendwie lebendiger und cooler aus. Das war jetzt auf dem Original nicht so. Mir hat es so aber besser gefallen, deswegen habe ich es gemacht. An dieser Stelle möchte ich auch das Video nutzen, um ein paar Fragen zu beantworten. Unter anderem wurde ich gefragt, woher ich meine ganzen Materialien habe. Das meiste ist tatsächlich von dem Künstlershop Idee. Das liegt jetzt nicht daran, dass es mein Lieblingskünstlerladen ist, sondern einfach, weil der sehr zentral ist und ich echt oft in der Gegend bin. Und immer, wenn ich dort bin, gehe ich auch zur Idee rein. Und immer, wenn ich in die Idee bin, muss ich was kaufen. Das ist ein echtes Problem. Ich gebe zu viel Geld für Künstlersachen aus. Dann wurde ich noch gefragt zum Thema Taschenbemalen, wie sehr der Lack, den man am Ende drauf gibt, die Bemalung wirklich schützt. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht selber ausprobiert, wie standfest der wirklich ist. Aber ich kann euch sagen, dadurch wird die ganze Sache auf jeden Fall wetterfest. Und es ist halt quasi wie eine schützende Schicht. Also wenn da irgendwie Kratzer rankommen oder so, dann wird halt eben die Lackschicht beschädigt und nicht die Farbschicht. So, der Tigersche Kernausdschungelbuch ist fertig. Das ist hinten auf dem Rücken. Und jetzt kümmere ich mich um die Tasche vorne. Da kommt gerade die Schlange drauf. Da habe ich mir ein paar Inspirationsbilder rausgesucht und mir daraus was gebastelt und mit so einem Kreideschrift draufgemalt. Und diesmal habe ich wieder mich an meinen Tipps gehalten und habe eine weiße Grundierung gemacht und dann mit schwarz umrandet. Und das hat viel besser funktioniert. Ich war kurz davor, denselben Fehler wiederzumachen, aber ich konnte mich selber davon abhalten. Die letzte Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie lange ich schon male. Ich plane da irgendwann mal ein ausführliches Video drüber zu machen, aber ich male, seitdem ich 15 bin und habe mir alles selber beigebracht durch Bücher, durch Videos und eben durch ganz viel Übung. K. Die Schlange ist jetzt auch fertig. Ich habe sie... Ist das eine Sie? Auf jeden Fall. Ich habe die Schlange mit einem Bronze-Ton umrandet. Das hebt das Ganze nochmal ein bisschen hervor. Und mir gefällt es jetzt auch. Ich war zwischendrin echt unzufrieden und ein bisschen frustriert. Aber jetzt ist alles okay. So, jetzt habt ihr hier zum Schluss noch eine Nahaufnahme von beiden Motiven auf der Jacke. Ich habe sie jetzt nicht angezogen, denn sie ist eine Männerjacke und gehört auch nicht mir, offensichtlich. Aber ich habe sie nie mal anprobiert und sie hat so einen richtig coolen, lässigen Boyfriend-Style, wenn ich sie trage. Vielleicht mache ich mir so eine mal selber, da hätte ich echt Lust drauf. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss.